Formel 1, Mercedes-Pilot Bottas, ich kann Weltmeister werden Mercedes-Pilot Valtteri Bottas glaubt weiter an seine Chance auf den WM-Titel in der Formel 1. Mercedes-Pilot Valtteri Bottas glaubt weiter an seine Chance auf den WM-Titel in der Formel 1. Ja, ich kann Weltmeister werden, sagte der Finne der Sportbild, es sind noch neun Rennen zu fahren. Und ich glaube daran, dass ich einen Lewis und einen Sebastian schlagen kann. Ich werde immer besser. Es gibt kein Limit für mich. Der 27-jährige Bottas liegt nach 11 von 20 Rennen in der WM-Wertung mit 169 Punkten als dritter Hinterspitzenreiter Sebastian Vettel, Heppenheim-202, und Silber Pfeilte am Kollege Lewis Hamiltonen, Großbritannien-188. Beide hat Bottas in dieser Saison bereits geschlagen, feierte in Russland und Österreich jeweils Siege. Das sollte also auch in weiteren Rennen möglich sein, sagte er. Dabei sieht sich Bottas, bei Mercedes-Nachfolger von Weltmeister Nico Rosberg, im Stallduell mit Hamilton nicht im Nachteil. Das Team hat von Anfang an klar gemacht, dass wir beide gleich behandelt und respektiert werden. Wir bekommen die gleiche Technik, es gibt keinen Nummer-Eins- und Nummer-Zweifahrer, sagte Bottas, der nach eigener Aussage nicht im Schatten von Lewis stehen will. Mercedes-Duell in der Formel 1, Rosberg gegen Hamiltonen, so lief die Silberfeind-Saison. 3. Dissene Statt, wir kommen jetzt zur Zeit, in der Formelie oder in der Formelie oder in der Formelie steckt. Beliebte Daingang von